So, mein erstes Swap-Video von Wiesbaden war ja nur so ein Schnelldurchlauf. Jetzt habe ich hier alles liegen und möchte jetzt in aller Ruhe alles mal angucken. Das mache ich auch ganz ohne Quatsche und werde nur immer wieder mal den Namen einblenden, dass ihr das seht und werde auch auspacken, was da so drin ist. Und ich wünsche euch viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal. 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 Und dieses Mal.